hallo zusammen wieder herzlich willkommen bei Betzmann Calvanic kurzes einspiel und zwar blanker kunststoff in rosé vergoldet also das geht auch wie gesagt wir können gold rosé gold platin schwarz schwarz rhodium also alle möglich gängigen metalle gold chrom und jetzt hier in rosé gold fantastische optik toller look hochglänzende abscheidung wie gesagt bei fragen einfach melden bei über info at betzmann-galvanic.de in bezug auf ein angebot wie gesagt ich brauche immer optimal fotos und maße um die oberfläche beurteilen zu können einfach zu sehen was muss gemacht werden wie ist die struktur welche vorarbeiten müssen geleistet werden und das ist immer am besten per anfrage per e mail